So, willkommen zurück. Und ich habe die Grafik runtergeschraubt, denn ich will nicht diese Lacks drin haben. Und die letzte Aufnahme ist irgendwie, glaube ich, abgeschmiert, aber ich hoffe, sie ist noch einigermaßen noch enthalten. Oh, oh, oh. Ah, lol, das sind die direkt vor uns hier. Wenn euch das mit der Grafik nicht passt, dann schreibt es in die Kommentare. Aber ich will das jetzt nur mal testen. Weil es sind nur niemals unsere hier. Die sind verreckt hier. Die will ich hier nicht sehen. Da oben ist auch einer. Sonst noch einen? Also ich glaube, das liegt ganz einfach am Spiel hier mit den ganzen FPS-Drucklern. Weil es ist genauso, als ob ich auch auf hoch hätte. So, müssen wir hin. Nicht sehr, gar keiner. Ah, da hinten. Hier vorne ist auch noch einer. Okay, will der nicht verrecken hier? Ah doch. So, da hinten ist tot. Der auch. Oh, ich höre eine Granate. Na komm, mach die doch weg da. Alles muss ich hier machen. Wir können ja auch mal vorgehen hier. Ja, auf den Fallen. Was willst du von mir? So. Da hinten ist auch noch einer. Habe ihn. Meine Muni wird hier langsam knapp, sehe ich. So, der ist down. Oh, ich brauche hier eine neue Waffe. Mir Waffen. SA. Nice. Okay. Weiter geht's. Mein Werfer. Ah, was haben wir hier denn? Okay. Wo ist der denn? Ruhig, Junge, ruhig. Sssst, sssst, sssst. Riley, los. Sssst. Hä, wo ist denn hier einer? Oh, lol. Und jetzt? War's das schon? Ja, sicher. Boah. Ist der weg, der Heli? Ja, wo ist denn hier? Alter, da oben. Ja, also, ich verarschen. Ja, sicher. Komm, wie soll ich denn das bitte schon machen? Ergibt mir einen Schuss und ich bin fast tot. Logan, benutzt die Lenkraketen, um den Heli auszuschalten. Oh, das ist die Kacke. Ja, jetzt gibt er mir gleich wieder einen Schuss. Ich bin gleich down. Meine Fresse, jetzt trefft den doch. Ich würde schon sagen. Ist voll behindert gemacht hier. Ja. Töte ihn. Will ich nicht drauf, oder wie? Oh, ich würde schon sagen. Okay. Muss ich jetzt nur Helis abschießen, oder wie? Ist hier noch ein Heli? Ah, okay. Jetzt brauche ich hier wieder eine richtige Waffe. Gib mir mal die hier. Steigen Sie hinten in den M.A.T.V. ein. Ich würde sagen, es ist der, oder? Jawoll. Jetzt fahren wir ein bisschen Auto. Oh, du hast dich auch angeschnallt? Ich glaube nicht. Ui. Boah, wenn das jetzt feine wäre, ne? Das würde abgehen. Oh, hier werden aber viele Leute. 20 Minuten später vor Santa Monica. Oh, guck mal der Hund. Wie geil ist das denn? Haha. Oh, wie süß das mit dem Hund ist. Haha. Hallo, Wiley. Oh, ich muss auf den Hund gucken, weil es so niedlich ist. Wiley. Oh, warum gehört er nicht mir mit diesem Hesch da? Los, finden wir den alten Mann. Oh, ich habe keine Waffe. Wiley. Wiley. Wiley will nicht kommen. Hui. Haben wir den hier? Ach, Daddy. Ja, klar. Begleitet mich. Okay. Wohin denn? Sie haben Zivilisten hingerichtet. Ich weiß. Sie haben es vor allem auf Plünderer abgesehen, um in die Stadt zu gelangen. So haben sie Dallas praktisch über Nacht eingenommen. Wie können wir helfen? Ja. Alter, tausend Bildschirm hier. Oh. Geil. Ja. Und auch nur euch kann ich vertrauen. Was ist los, Dad? Was immer es ist. Logan und ich, wir sind bereit. Ihr zwei geht ins Niemalsland. Moment. Echt jetzt? Niemalsland? Wir waren lange genug in der Defensive. Ich schicke euch Joris hinter die Mauer. Wie tut euch mit dem Aufklärungsteam zusammen? Sammelt Infos über den Feind und bringt euren Arsch zurück. Wo genau im Niemalsland geht's denn hin? An einen Ort, den ihr besser kennt als sonst jemand. Ihr geht nach Hause. Aha. Okay, dann würde ich mal sagen, ab geht's, ne? Okay, jetzt werden wir mehr darüber erfahren. Das ist Niemalsland. Das Streifen der Zerstörung zwischen L.A. und Samyegro erschaffen, als Odin gegen uns eingesetzt wurde. Die Sternde und Surfplätze meiner Kindheit liegen heute vermint und verlassen da. Der hat sagte, dass nur wenige in Niemalsland operieren. Zu gefährlich. Zu unvorhersehbar. Wenn er uns rausschickte, musste es ihm wichtig sein. Ich glaube noch nicht. Ah, jetzt. Hä, was bin ich? Was? Cool. Lol. Ach, geil! Keine Hunde steuern, oder wie? Sicher. Das fliegt die Gruppe auf 20 Meilen. Augen auf. Das könnte mehr gehen. Aha. Das war jetzt geil. Ich glaube in der nächsten Folge, welche Grafik wieder auf hoch stellen. Oh, weil der hat Angst. Ich muss die Wolle. Oh, ihr Scheiß. Oder was da von mir übrig ist. Wenig. Na los, weiter. Blocker 6, hier ist Viking. Mehr in unserer Zielposition. Verstanden? Verstanden. Viking, Achtung! Aktuelle Berichte weisen auf hohe Feindaktivitäten. Oha, Schrauber. Wir haben es eilig. Rund euch die Daten und verschwindet sofort wieder. Verstanden. Habe ich einen Schalldämpfer drauf? Ich weiß es gar nicht. Keine Shot hier. Oha, guck, wie sie steht unten rechts. Schade. Kann nicht gut nachvollziehen. Sieht aus wie eine Atombombe. Wie eine Eigenschlagung. Oha. Würde ich empfehlen. Ja, guck mal. Warum läufst du nicht weiter rechts? Alter. Ich stütze immer noch was ein. Mach so viel da. Oh, Wiley. Oh, ich finde Wiley voll geil hier im Singleplayer. F. Okay. Ha, stirb. Wo ist der andere? Da hinten. Ne, ich will den Hund. Okay, hier lang, aber wie? Ah ja. Boah, wie geil das ist hier, den Hund zu spielen. Oh. Drei Leute. Okay. Oh, fuck. Ich bin so dumm. Ja, da steht auch noch Sprinten sie. Ey, was für eine Scheiße sag ich nur. Wollen mich doch verarschen. Sprinten sie zum Rennen. Hö, hö. Die witzig. Sollte ich jetzt sprinten, ey? Okay. Okay, so erst die Wache ausschalten. Ja, so meinen die das. Hätten wir auch später mal machen können. Eieiei. Nice. So. Wiley. Habe ich hier auch schon? Ich kann nichts machen. Riley, so. Ho, 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 ho. Alter. Oh, die Pistole ist gar nicht schallgedämpft. Sehe ich gerade. L-150. Ich will keinen Hundeangriff machen. Ich will die Sniper hier haben. Wo ist die? Da. Lol. Okay. Ich muss mich an das Visier der Sniper dran gewöhnen. Ist ein bisschen anders. Hatchet. Da ist noch einer. Okay, ich mach jetzt hier mal Quickscopen. Das ist der richtige Ort. Stalker 6, wir haben hier was. Sieht aus, als würden Sie die Trimmerkrabben. Ho, ho. Egal, scheiße Quickscopen hier. Ist kein Multiplayer hier. Oh, wir müssen auf Widerstand, aber wir schlagen uns durch. Oha. Mach hier mal Hardscope, ey. Nice. Oh, wie süß. Boah, die ist. War da noch einer? Komm, weiter. Oder, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Was? Hat er gerade gesagt, falsches Ziel? Ich war da drauf. Ja, guckt euch das mal an. Warum explodiert das nicht? Er ist kacke. Als ob ich dich nicht treffen will. Hat da nicht gerade einer rausgeschossen? Fuck. Ich brauch ne Waffe. Bulldog. Ah, die Skullywaffe. Ach du Heiliger, ey. Jetzt hab ich hier ne Nahkampfwaffe. Das ist grad' bisschen bad. Egal. Wenn ihr Pistolen schießt. Kann ich jetzt nicht mal Wily nehmen? Ziel benötigt. Okay, komm, verweck da hinten. Okay, alles sicher. Ich leide mal kurz hier nach. Na, weiter geht's hier. Gebäude. Meine Spezialität mit der Waffe. Wenn ihr euch weisen, wie ihr sie abfahmen könnt. Bruder. Belegung. Oh. Oh, ich bin nicht blöd. Das ist Hash. Nice, Wily. Das haben wir hier oben. Okay, hier ist auch nix. Ja, jump hier erstmal rüber. Hash. Hash, hash. Boah, die Waffe ist grad scheiße für Distanz. Oh lol. Das wollte ich gar nicht, aber egal. Guck mal, Bus. Die Spuren sind frisch. Sie sind wohl hier lang. Ich glaube, ich heb gleich erstmal ein Gewehr auf. Weil die Pistole ist nur für kurze Distanzen da und die Schotti für nahe Distanzen. Oh, wir werden nicht berichten. Okay. Ja, ne? Sie sollen passieren. Komm. Boah. Ja, gegen Panzer will ich jetzt nicht unbedingt hier, äh, kämpfen. So, ganz lang da vorbeischleichen. So einfach geht das. Oha. Da fällt gar nicht los. Guter, junger Riley. Gibt es eigentlich Moses' Film? Ich glaube, äh, Taktikgranate werfen. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Ach, oh, ich finde das wird geil, wie er hier mal liegt. Oha. Jawoll, wir können wieder synchronisieren. Ruhefeindaktivität hier. Ganz langsam und vorsichtig. Sieh mich um, ob du irgendwas finden kannst. Ja, genau. Nicht vergessen, langsam und vorsichtig. Riley im Gras verstecken. Ich sehe mich da nicht. Alter. Ich habe gerade voll das ungute Gefühl. Okay. Töte ihn. Fass. Hohoho. Boah, so einen Hund hätte ich auch gerne, aber nicht zum töten. Okay, wir sind drin. Oh, 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 oh. Langsam. Du hast eine der Wachen alarmiert. Fuck, 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 fuck. Alter. Geh drunter, Riley. Boah. Alter. Hier sind zu viele Wachen gerade. Okay, die andere kommt wieder. Scheiße. Oh, fuck. Ich muss da durch. Scheiße. Oh, kacke. Ich weiß nicht, wo ich her muss. Bitte, er sieht mich nicht, bitte, er sieht mich nicht. Oh, Mama. Alter, voll das Wunder, das... Ja, genau. Hier kann ich nicht durch, glaube ich. Ich weiß nicht, was hier los ist. Zoom ich mit E. Okay. Orke. Ajax. Oh. Ah. ok mache ich ja komm und kann ja nicht der durch jetzt müssen wir uns hier noch durchkämpfen hat da sind wir also scheiße kackwache da ich glaube die muss ich töten ok anders kann ich hier nicht weiter sprinte wiley perfekt hier so nice damit würde ich sagen wir sehen uns wieder in der nächsten episode habt weiterhin spaß gibt ein feedback in den kommentaren und haut da rein bis zur nächsten folge ciao Untertitelung. BR 2018